Schuss. Hm, hat er anscheinend nicht. Wie der da hängt? Was macht der Urlaub? Äh. Zack, 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 zack. Da muss ich hin. Und Schuss, Schwerelosigkeit. Ach, und die bleiben einfach so. So cool wie die sind. Ist da was? Ich kann es nur noch an. Ja, komm her. Wie ruhig das alles ist. Da tritt Wasser aus. Ach man, das kann man doch alles einfangen und gebrauchen. Ach, na je. Ende des Vakuumes. Jo, und wir sind wieder mit voller Lautstärke da. Und mit vollem Gegnerkompendium. Äh. Ah ne, ich muss ja erst in die Luft hier. Wenn einem da mal nicht in die Quere kommen würde. Na, na, na. Noch nicht. Ach, komm schon. Da hinten kommt ja jetzt bestimmt irgendwas. Na, na, na. Genau. Tschüss. Ist doch noch was. Habe ich doch was gehört. Treffen soll es gelehrt sein. Ach Gott. Aber ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen mit dem ganzen... Oh, ich muss auf meine Munition achten, weil man kriegt die hier ja doch... Äh, viel mehr als erwartet. Auch wenn... Habe ich gerade eigentlich noch einen Knoten? Nö. Ich werde das Gefühl nicht... Danke. Komm. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da irgendwann noch irgendwas... ...kommt. Oh, ah. Was sind das für kleine Küchen? Ich habe ja noch genügend. Ich habe die nur ... Ach, ver... Ach, ver... Was sind das für Bücher? Hey, der Witzker. immer aufpassen. Man weiß nie, was passiert in solch einem Land. Da kann doch echt alles passieren. Geht man da lang? Kommt irgendwo anders eins her? Ja, sichere Zone, sichere Zone. Na, 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 na. Ähm. Jagen wir es in die Luft. Damit wir weiterkommen. Äh, ja. Unser Superingenieur muss gar nicht davon weggehen. Der, den interessiert das gar nicht. Aber mich interessiert es, dass wir jetzt mal eine Runde speichern. Und nochmal. So, ich schau mal eben auf die Zeit. Ähm. Hm, hm, hm. Ja, ich denke mal, das reicht auch für heute. Ja. Ich schau nochmal eben in den Shop rein. Hm, hm, hm. Vielleicht können wir ja noch irgendwas in den Safe rein tun. Ach ja, und das Modul können wir da. Äh, Quatsch, das Schema. Das können wir auch verkaufen. Ui, das, das hat viel Munition. Ähm, das können wir auch in den Safe rein tun. Boah, der Safe ist riesig. Hm. Und ich müsste noch ein bisschen verkaufen. Ja, komm. Dann kann ich noch einen Energieknoten leisten. Hotter. Ist das toll. So, dann gehen wir jetzt nochmal eben zum Speicherpunkt. Und das ist es dann gewesen. So, wir sind in Kapitel 2. Haben mit dem Termit abgeballert. Äh, haben das Termit gezündet. Und das nächste Mal geht es dann hier weiter. Tschö. Tschö.